Du Ellen, guck mich mal an. Ja? Findest du, dass ich dicker geworden bin? Du? Nein, warum denn? Weil ich jetzt immer mitessen muss. Was musst du? Na, die Leni, die will doch immer nicht essen. Und dann hat Lenis Mama gesagt, dass ich jetzt immer mitessen muss. Damit die Leni richtig isst. Sonst wird die ganz dünn und krank. Ach und? Hat es geklappt? Oh ja, wenn ich da mit am Tisch sitze, dann isst die wie ein Scheuendrescher.